Das kann natürlich gut sein, dass du dann anfangen musst, das neue... Achso, du nimmst schon auf, okay. Ich hab jetzt gerade angefangen aufzunehmen und mein Versprecher war schon mit drauf. Sehr schön. Hallo Zuschauer von Kersat. Guckt doch mal auf meinen Kanal. Ich bin der Presufix. Oh Leute. Was denn? Scheiß Schleichwerbung, Eigenwerbung. Ja, ich hab ja nur 60 Abonnenten. Du hast sieben mehr als ich? Echt? Ja. Dann hab ich verdient. Pff, du kannst mich auch am Arsch lecken. Kürzlich, Kersat, das wartet auf dich nur, weil du aufnimmst, brauchst du jetzt gerade will schon länger. Äh, nee, das Fortune hat bei mir neun Prozent. Wir sind alle auf hundert. Wir sind alle auf hundert, du bist jetzt auf hundert. So. Ich nehm den mal auf, ne? Jo. Du nehm mir ja auf. Moment, ich muss erstmal, äh, Audio anpassen. Sollen wir jetzt alle anmoderieren? Ist vollkommen egal. Ich würd sagen, Alpresso, du moderierst an. Ich moderiere an? Ja. Still runter und rein. Seid ihr alle bereit? Ja. Ich muss erstmal einkaufen. Dann geht das gleich los. Können wir nicht gleichzeitig, ich bin viel zu schüchtern jetzt irgendwie anzumoderieren. Moment, das ist noch... Was? Das runter. Bei Heimann ist es zu laut, bei mir ist es zu leise. Soll ich wirklich auf Support spielen oder kann ich Full-RP gehen einfach? So meine Güte, wer keiner anmoderieren möchte. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ähm. Ja. Und wir spielen etwas, ähm. Nein. Äh. Ja. Hallo, die anderen. Er weiß es selbst nicht, weil er es nie spielt. Nee. Äh. So, ich soll irgendwas kaufen. Du hast gerade irgendwas von kaufen erzählt. Genau. Wie mache ich das? Ich weiß, ich muss dafür hier irgendwie stehen. Kaufst dir einen Dorans Blade, indem du auf den Shop klickst, der da über dir ist. Hier dieses unauffällige Etwas. Dieser Hase. Ah. Ähm. Ah, dann kaufe ich mir... Ah, okay. Ich habe es mir gekauft. Noch was? Was hast du jetzt? Das ist gratis, das will ich kaufen. Das ist gut. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Er hat doch viel so viel verstanden. Und hier ist ein Heiltrank. Das kaufe ich auch mal einfach, weil ich dafür noch das Geld hatte. So. Komm, Michael, geht los. Ja, ich komme da schon. Ich kann hier noch irgendwie, wenn ich cool will. Du hast diese Fähigkeit noch nicht gelernt. Moment. So, jetzt habe ich die Fähigkeit gelernt. So. Ich glaube, das Problem ist, dass Wayne ja unten auch auf der Bottom Lane ist. Ich habe Angst alleine. Ja, ja. Wir treffen uns gleich vorne. Soll ich sonst hoch zu Gangplank? Die Wayne geht gerade schon hoch, sehe ich. Stellt euch ein bisschen vor hier, Leute. Ja, ja. Geht gleich los. Kessler, fang mal an. Stell dich mal vor, erst mal. Ach, war so klar, dass ich wieder der Erste bin, der es machen muss. Ja, ist ja kein Problem. Oh, Mahlzeit zusammen. Ich bin Kersat. Wir spielen gerade. Einfach mal ein wenig Intro-Bots. Wie greif ich denn jetzt an? Ich habe irgendwie niemanden in der Mitte. Echt's click. Habt ihr auch irgendwen auf der Lane? Nee. Die kommen erst später. Ab 2 Minuten, 30, 2 Minuten, 3 Minuten. Ich habe fast die Angreifung. Okay, ich bin stolz auf mich. Genau, du kannst deine Waffe wechseln mit dem Kuh, ne? Ja, ich weiß. Genau. Da komme ich jetzt schon. Oh, die kommt zu mir. Ich habe Angst. Das ist weg jetzt. Ich kann was Neues erlernen. Was macht denn weh? Genau. Haben wir auch Gegner in diesem Spiel? Oder ist das jetzt? Eigentlich schon. Eigentlich schon. In 3 Minuten kommen die. Achso. Ja. Intro-Bots halt. Ich verrate das doch nicht. Wir spielen natürlich auf extrem schwer. Ja, natürlich. Dass Heiko ein Noob ist, weiß auch keiner. Nein, natürlich. Ihr seid Level 1 und ich bin Level 30. Irgendwie habe ich voll wenig Leben nun noch. Ich blinge den Noob mal an, damit jeder weiß, wer der Noob ist hier. Hey, mach mal das. Mit Alt. Alt und dann irgendwo hinping. Ja, da ist der wahre Noob. Da ist der wahre Noob. Warte, ich habe keine HP verloren an den Minions. Nein, das waren nicht die Minions, das war der Turm. Bisschen recht fettig, muss ich mich ja auch. Na gut. Das ist auch berechtigt. Oh, guck mal. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, jetzt kommt was Feindliches. Hey, hau ab. Nein, was ist gut? Geil, man sieht sogar die Range vom Gegner. Ja, das ist übel. Hilfe, der ist hinter mir her. Okay. Stirb. Komm, mach es. Oh, Heiko. Komm. Den kriegst du. Bitte. Okay. Das sind aber Minions. Man sieht die effektive Angriffsreichweite der Gegner. Das ist... Ist das unnormal? Das ist unnormal, dass du das normalerweise nicht hast. Okay. Heiko? Ja? Am meisten Geld machst du mit den Minions. Ich weiß. Wenn sie fast tot sind und du sie dann angreifst. Dann kriegst du Gold dafür. Hilfe, Turmauer. Was will der hier von mir? Hau ab. Komm mal. Das ist jetzt dein Pet. Ja. Sei doch froh, Heiko. Da hast du mal ein Host hier. Hey, ich kann was Neues erinnern. Wenn ich jetzt mal das... Ain't worth a coffin. Ain't worth a coffin. Komm, ich glaub, ich supporte dich jetzt einfach mal. Nee, was hab ich da gerade gemacht? Ah, okay. Irgendwelche Bomben. Fallen. Wenn die Gegner rein treten, dann bleiben sie stecken. Und sie nehmen Schuhe. Genau. Einfach auf die Gegner werfen, das Ding. Aua. Mami, 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 Mami. Ja. Für die. Für die. Mami, 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 Mami. Ich hab kein Valor mehr. Komm, komm, komm. Schieß einfach auf ihn. Einfach rechte Maustaste. Mach ich doch. Aua, 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 Aua. Auf den. Hier, hier, hier. Bleib stehen. Nein. Die Minions sind zu stark. Ich kann nichts tun. Sorry. Wir kriegen das doch hin. Wir kriegen noch einen Kill für dich. Ja, ich hab kein Leben mehr. Aua. Ich hab kein Heldwerb, Mami. Oh, shit. Ich hab gerade unten zugeguckt. Was solltest du nicht tun? Tust dir nicht an. Kann ich mich irgendwie heilen? Ja. Drück B. Was? Einmal B drücken. Du kannst auch B drücken dafür, ne? Jetzt, jetzt warte. Ja, ja, das krieg ich hin. Unstoppable. Hat sich jetzt eigentlich jeder vorgestellt? Ich hab nur Pressefix mitbekommen. Ich war so so. Was? Du hast nur Kehrsat mitbekommen? Ich hab gar nichts gesagt. Unglaublich. Ne, Kehrsat. Kehrsat hat ein bisschen erzählt von sich. Aber noch nicht so viel. Und dann ging's los von wegen. Hey, was mach ich hier eigentlich? Genau. Aua, hier ist Pressefix. Wenn ich bei dir bin, fühl ich mich sicher. Genau, wir können gemeinsam auf die Lane gehen. Komm. Nicht leiden. Ach, keine Leiden. Äh, äh. Ja, ich verbessere jetzt, weil das hier noch weiter. Drogen sind nicht gut, Kinder. Drogen sind nicht gut. Sie machen nur munter. Ich versuche hier ne Anti-Drogen-Kampagne zu starten. Und du? Echt jetzt? Ach, guck mal. Die Wayne hat's geschafft. Wie bist du denn jetzt hier vorne schon wieder hingekommen vor mir? Diese tolle Fähigkeit nennt sich Teleport. Drück mal D. Drück mal auf die Taste D. Ich jetzt? Ja. Heilung! Damit kannst du dich unter anderem teleportieren, wenn du Teleport hättest. Aber du hast Heilung da drauf. Du hast gerade deinen Summoner-Spell verschwendet, weil du gar kein Leben verloren hattest. Geil. Das erinnert mich an die alten Tage. Chris D to dance. Ja, genau. Aber er hat noch kein Flash, leider. Was? Was? Ich verstehe gerade nö. Keine Wange, Heiko. Ist nichts gegen dich. Das ist einfach so ne Sache, die Leute bei vielen Anfängern gemacht haben. Drück mal D, damit du tanzen kannst. Damit sie ihre Summoner-Spills am Anfang raushauen. Weil die haben halt auch einen gewissen Cooldown. Achso, ah, ich seh's gerade. 188 Sekunden. Ah, das ist F-Geist. Ein Champion kann sich 10 Sekunden lang durch Einheiten bewegen und bewegt sich 27% schneller. Ah, cool. Ich verstehe das Spiel langsam. Ich bin stand doch. Hoppala. Bauer. Stirb. Na gut. Stirb. Auf. Ich stelle es mir gerade witzig vor, wenn man mit Gangplank jetzt in den neuen Spielmodus Black Market reingeht. Da hat man ja drei verschiedene Währungen. Oh, oh, Spoiler. Ist überall im Netz sichtbar. Ja, aber meine Zuschauer kennen das noch gar nicht. Stirb Turm. Stirb Turm. Stirb Turm. Genau, mach mal den Turm kaputt. Los, mach den kaputt. Sehr gut. Hilfe. Wah, ich hab ihn zerstört. Hilfe. Ich werd gekillt. Ich hab ihn zerstört. Ja, packst du die? Nein. Mami. Komm, ich halt mal einen fest für dich hier. Fünf Sekunden noch. Ich hab zu wenig Mana. Ich muss mal irgendwas mit meinem Mana tun. Es reicht, wenn du Rechtsklick machst auf die Gegner. Ja, aber das braucht zu wenig Schaden. Hilfe, Mami. Ich werd verfolgt von dem Wind. Warte, lass. Oh, danke. Warte, der geht gleich wieder weg, oder? Ja, ich hab dafür Gold bekommen, das reicht mir. Sehr gut. Was macht eigentlich diese Attacke hier? So komm, den Astral machst du jetzt allein. Bleib hier. Warte, ich geb dir einen Speedboost. Ja, ich glaub, so laufen wir nur hinterher. Ja, gut. Ich wollte gerade E drücken, damit ich mich als Gank-Prank beschleunigen kann. Nee, das geht nicht. Das geht nicht mehr. Heiden ändern sich. Aber ich find den neuen Gangplank aber auch interessant. Jesus, fix versteckt sich. Ich find den neuen nicht so toll. Oh ja, der hat mir besser gefallen. Hallo. Ich verzieh mich. Ach so, du lässt mich hier allein. Nee, du hast doch da Besuch von Wayne. Nee, hab ich Angst. Für dich hab ich Angst. Da solltest du auch. Guck mal. Es will, es will, es will. Weiß gar nicht, wer es will ist, oder? Nein. Okay. Oh, oh, oh. Eritai will es wissen. Du bleibst hier, du Mixer. Ja. Ich glaub's nicht. Nein, ich hab's nicht. Ich hab's nicht drauf. Ich aber. Ich hab den Kill drauf. Hit. Ich auch. Ich hab's nicht drauf. Ja, komisch. Doch. Doch. Was sind das für Dinger, Kehrsard? Explosive... Fässer. Ich muss mal Wayne helfen. Nee, die macht das. Warum zur Hölle hat die einen kleinen Wolf hinten dran? Oh, oh. Ah, Devouring Spirit. Ah. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ich glaub wir uns fast geschafft. Vielleicht. Ich glaub ich bin gleich tot. Oh, 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 oh Nee, der ist tot. Ach so, okay, sag das doch. Mach' ich mal, mach' ich mal, mach' ich mal. Ich brauch' so 300 ungefähr. Danke. Nein, tschüss. So. Hab' ich mir den vorhin nicht gekauft? Oh, ich find's so geil, dass... Ach so. Ja, war klar. Das Plündern gibt jetzt sogar extra Gold, wenn durch Statik-Stich gekillt wird. Echt? Echt? Ja. Das ist richtig geil. Deswegen, ich mag den neuen Gangplank richtig. Kann mich mit seinem Ehling anfreunden. Gangplank war früher einer meiner Lieblingscharaktere, ich hab' ihn jetzt ein paar Mal in Aram gespielt, und das ist irgendwie total kacke. Boah, jetzt macht er's. So, ich komm' als Zeug dahinten. Ich hab' grad, ich hab' grad irgendwas gekauft, ich glaub' das war ganz gut. Joah, das sollte eigentlich was irgendwie... Oh, Heiko, wo bist du? Ich komm' grad auf den Start wieder. Ohohohohohohoh, der Arme. Ich bin noch nicht gestorben. Nicht ohne mich da hinten gewinnen, ne? Nein, 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 nein. Das dauert noch ein bisschen. Ohne mich würdet ihr das aber niemals schaffen. Oh, da bin ich. Oh, jetzt kann die Action abgehen. Oh. Ja, ich hau' jetzt ab. Ach, die Barrels kann man auch benutzen zum Teleportieren? Oh mein Gott. Was kann man? Die Barrels zum Teleportieren benutzen. Das war mir jetzt noch nicht. Oh, ich tank' jetzt zu lange. Nee, doch nicht. Es sah grad so aus, als wärst du da drüber gegangen. Oh, siehst du wohl. Ich kann auch was. Hilfe. Ich weiß nicht, wo ich grad hinlaufe. Oh. Ich hab' hier ein bisschen falsch. Ich glaub' wir müssen gleich nochmal ne Aufnahme machen. Irgendwie hat sich keiner vorgestellt. Ja, Heikos Schuld. Oh nein. Sag mir doch, dass die Schaden machen. Vor allem die Türme. Ja. Uh, wie hab' ich das denn geschafft? Aha, aha. Wann darf ich neu spawnen? Ich will spawnen. Äh, 10 Sekunden. Also ungefähr dann, wenn das Spiel zu Ende ist. Ah, okay, gut. Keine Sorge. Ich hab' einen Schluck von einem Erfrischungsgetränk. Mach' mal Werbung, welches hast du? Coca-Cola. No. Coca-Cola. Oh, oh. Das darfst du denn nicht monetarisieren, das weißt du, ne? Das wird nicht monetarisieren. Oh, ich trau' hier alles, tut's beleid. Ich bin nicht. Ich bin rennt weiß. Einfacher Chris. Na gut. Was aber auch geil ist jetzt mit dem... Ich hab grad erst gewiesen. Barrels. Wenn man... ...Q auf die Barrels wirkt, alles was davon gekillt wird, bekommt auch den Bonus, dass man... ...ehm... ...Gar's der News. Gar's der News. Gar's der was? Das tat weh. Du mach' mal deine Ulti. Hab' ich nicht mehr. Mach' mal R. Er in unsere Richtung. James. Äh, Heiko. Was? 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 Er? Die R-Taste. Was? Ich versteh' dich grad nicht. Beende es nicht. Nein! Das war knapp. Sie ist doch verreckt. Schöner Abschluss. Du wolltest einmal cool sein. Ja, war total toll. Ich hab' mein Team zum Sieg getragen. Was? Der Carry. Ich glaub' du hast sogar die 50 Gold fürs Killen des Nexus bekommen. Ja, damit du dir was Schönes kaufen kannst. Ist das so bescheuert? Irgendwie dafür Erfahrungen auch für das Spiel? Nein. Das wär's noch. Ab Level 10 bekommst du nichts mehr. Das wär's noch. Hä? Ich hab' 200 EP Erfahrung bekommen. Ähm, ja. Die Statistik sieht ja schon mal besser aus. Und ob dir da so große Zahlen stehen und ich so klein. Ich bin gerade mal auf Schaden gegen Champions gegangen. Getötete Champions, 23. Ja, die ist klar. Was? So viele hast du bekommen? Was? Hey, was? Unsere Miss Fortune hat 23 gekillt. Du hast doch gerade gesagt 23. Ja. Und sie hat ein Tod. Oh, schäm dich. Ja, das war, weil ich ja reingejumpelt bin. In die Welt. BM. Das muss auch mal sein. Ne. Guck mal, ich hab mir irgendwelche Sachen gekauft. War das richtig so? Was ist jetzt eigentlich mit der Abmoderation? Äh, ich bin gerade noch in der Aufnahme. Da war gerade nur so ein blöder Cut zwischen. Ach so. Heiko. Ja. Ja. Ja, war es richtig. Ähm, aber du brauchst Schuhe nicht zweimal kaufen. Ja, das weiß ich auch. Wolltest du schneller sein? Nein. Ich kaufe einfach alles zweimal. Hahaha. Gut gemacht. Aber sonst ist eigentlich ganz okay. Ja, das ist super. Ja, man braucht doch viel Ruhe. Ich hab gar nichts gekauft, was ich dachte. Ja, ähm, ich beende die Aufnahme und äh, vielen Dank fürs Zusehen, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vor allen Dingen Heiko dann. Ja, 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 ja. Oder auch nicht. Na gut. Bis dann. Tschüss. Und meine Zuschauer, ihr könnt ja gucken, was ich hier für Werte habe. Ich hab keine Ahnung, was man damit anfangen kann. Und ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich verabschiede mich auch. Bis dann. Hahaha.